Oh ne, es ist wieder nacht. Kaum mehr dritt man ins Hörer und es ist nacht. Es ist nacht. Warte, wenn wir unseren täglichen Aufgaben wieder nachgehen. Zwang. You were moved. Mein, mein, mein. Oh, Junge. Geil, ein bisschen da. Ah, ich hab viermal TeamSpeak-Auswärten geöffnet. Ich nehm gleich, ich nehm grad schon auf, oder? Vergrüße mal die Zuschauer hier, ne? Kommst du auch rein? Ja, wir können uns gleich mal treffen, oder? Weil ich war schon gar nicht mehr bei deinem Haus. Weil ich's halt kann und du nicht. Mensch, geht denn so weiter. Und hast du mittlerweile Dias gefunden? Ich war nicht mal Farben, richtig. Naja, doch, ich war ein bisschen Farben, aber nicht so wie du das nennen würdest. Wie ich einfach in der ersten Runde Diamanten gefunden habe. Ah nein, ich lag im Block. Verdient. Ich hab schon, ich hab mein Haus schon fahrt, ich muss nur noch in den Keller machen. Ohne Game Mode? Guck mal, ich mach so ne fliegende Insel über meinem Haus. Und da läuft dann so Wasser runter. Hast du auch ohne Sheets das Haus gebaut? Ja, kannst du ne Frikadelle fragen. Der hat die ganze Zeit mir zugeguckt. Und das Haus, brauch man damit. Cheaten machen. Und ich hab sogar schon zwei Hunde. Smokey auch. Ja, ihr habt halt nichts aufgenommen, ne? Weißt du, ihr habt die ganze Zeit gefarmt. Und nimmt halt davon nichts auf. Ist noch was fertig, oder? Oh mein Gott, noch was fertig. Alter, was? Das nimmst du jetzt auch, oder nicht? Äh, weiß ich, ne? Ich würd's machen, oder? Hast du ja keine Folge mit mir zusammen? Ich wollte eigentlich noch eine Einführungsfolge in mein neues Haus machen. Was können wir jetzt dann machen? Äh, das möchte ich alleine machen. Eure Angst hat, dass ich dir alles klaue. So... Ich brauche jetzt so viel Scheiß-Clay für mein Zeug. Ich hab gestern mal auch noch nen Enderman getötet, also in der letzten Folge, Leute. Hast du nen Enderman gekriegt? Nein, natürlich nicht. Voll dumm. Legt man sich schon mit den Viechern an, dann kriegt man nischt. No, das ist halt wirklich so. Ich hab gestern übelst viel Clay gefarmt, Leute. Also, ich hab's mir nicht probiert, ich hab das jetzt mal rausgeschnitten, weil ich einfach... Noch mehr Kohle! Alter, wie viel Scheiß Kohle ist hier denn? Ich hab dem Smokey sogar, ähm, hier... Ach, ich hab noch ne richtig geile Höhle, die geht so richtig tief runter, ne? Da können wir vielleicht auch noch Diamanten schenken. Wie bitte? Ich hab dem Smokey ein Diamantohr geschenkt, das steht immer noch bei uns. Äh, wieso steht Smokey... Weil ich so rich und famous bin. Mhm. Weil du so viel rich und cheaten bist. Weil du so viel rich und cheaten bist. Ich hab nix zu essen. Als ob die Eisenachst... Weißt du, wie viel Schaden die macht? Überst wenig. Neun. Angriffsschaden und ihren Schwert macht. In... In hier... Steinschwert macht. Ähm... Warte, noch viel mehr. Alter, ist noch mehr Eisen. Oh, geil, Leute. Ich hab mich schon... Das erste, was ich gebaut hab, in meinem neuen Haus, ist ein automatischer Ofen. Spring Night. Mir ist nichts besseres eingefallen, außer erstmal einen automatischen Ofen zu bauen. Ich hab schon über ein Stack Kohle. Alter, es leckt ja so wieder. Ist nur, weil du drauf bist. Redstone. Redstone. Wozu brauchst du einen schon Redstone ohne ganz mit Erinnerung gehen? Ich kann mit Redstone umgehen. Ich bin Redstone, Bruni. Bin erstmal ich. Nein. Hab' man schon Aquatik gesehen. Hä? Mein Spaß. Guck mal. 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 Ich hab Lapis. Diamanten. Leute. Nein. Echt jetzt? Ja, hier. Lul. Aber nur zwei Stück. Aber Lapis. Hier. Hier ist mich gleich. Oh. Hier ist richtig viel Lava. Hast du zufällig einen Eiseneimer? Das ist dieses Wort. Ein Eiseneimer. Ja klar. Was ist das? Noch mehr Diamanten? Ey. Bist du vollkommen blöd. Komm. Alter. Ich hab' jetzt auch noch was von dir aufgehoben. Ich kann dir nichts wiedergeben. Das hab' ich von dir. Das hab' ich von dir. Das hab' ich von dir. Dann hab' ich hier noch ein bisschen Ärzte von dir. Aber mir auch nicht. Nein, das ist meine Ärzte. Entweder man kriegt übelst schnell essen oder gar nicht. Also Hunger. Wenn man kriegt übelst schnell essen oder gar nicht. Ist halt so. Voll fackbar. Ja. Es gibt das am Abend schwimmt man halt so übelst langsam. Manchmal aber so richtig schnell. Hm. Ja, es ist Tag draußen. Gut. So, Leute. Haben wir jetzt noch drei Dias. Und dann können wir gleich noch den Rest, den wir hier haben schmelzen. Ist ja nicht mehr viel. Ja, ist schon unten geschmolzen. Es ist so dumm. Bis fast ein Steck Eisen. Ich brauche noch das Essen dann von dir. Dann muss ich mir noch abholen. Ja. Haben wir noch genug. So, jetzt ist die Pickaxe weg. Wollen wir es sagen? Wollen wir es? Komm, wir machen es sehr zentral in die Mitte hin, ne? Auf den Berg? Nee, hier. Auf den Berg? Nee, hier irgendwo. Gleich hier vorne, oder? Auf den Berg? Hier so. Eins, zwei. Auf den Berg. Dann eins, zwei, drei. Genau. Okay, wollen wir es machen? Leute, aber was da drin ist, werden wir in der nächsten Folge erforschen. Also wir sehen uns das nächste Mal ab. Und tschau. Leute. Schweil der Tag. Ich bin not in Never. Du hast ne geilen Titel, Clickbait-Titel. Wir kennen es Never. Äh, du weißt schon wer grad bei dir im Haus ist, ne? The Night Rank, du hast grad deine ganze Paid in die Luke, ja. Alter, mich kotzt das an. Deswegen hat man uns Türen. Ja, ich wollte es aber nicht so hässlich machen mit Türen. Ich bin bei mir. Ja, wo ist denn dein Haus? Bist du dumm? Ich war nie bei dir. Genau geradeaus mit beim Nether-Portal. Hast du hier schöne Schiller gemacht? So, guck mal hier. Er hat sich schnell nicht los. Ich bin nicht. Du? So, guck mal. Das ist zwei Minuten raus, weil die Smokies aus. Ich bin ja verstanden aber, ne? Halt euch. Komm her. Komm her. So, komm. Nein. So, komm, ich bleibti. So, komm. Hey, ich bin ein Fingerabend. Oh, nein, nein, nein. Drei, zwei. Also, kuck mal. St 않아, hab ich schon wieder wegen sein. Hey, komm mit. Setz dich Gerät hier hin. Hey, ich sag doch gleich. Achso, da wollte ich abgreifen. Der hat schon ganz oft. Ja, weiß, das ist schon sehr. Dann können wir hoch zu Menschen von Schokoladen. Danke erst mal. Hast du mal. Ah, sag mal. Quatsch, deine Schuhe, du bist. So, dass du kurz drin? Oh Gott, und da bist du schon rein. AAT, guck mal was, guck mal. So, guck mal. Nein, du meinst so, ja. So, komm. So, komm. Guck mal, ich bin jetzt so sicher drauf. Nein, ich bin so. So. Aha, okay, mach das. Ich hatte doch extra eins geschenkt und du hast wieder ein neues genommen. Äh, der Netter ist deaktiviert. Er ist deaktiviert. Das ist nicht dein Scheiß, ernst. Ohhhhh. Oh mein Gott. Ja, fast drehen jetzt nochmal auf. Endlich, Leute, ja. Bei mir geht's nicht. Ja, das sagste nur so. Nein, ernsthaft jetzt. Ich lag grad, ich lad grad die Welt vom ganzen Never. Ah, ich bin drin. Ja, Alter, ist lecker. Übelste, komm rein. Ja. Wir werden jetzt sofort zu und schaust um die Ecke und wir sind tot. Haha. Farmen. Meins, alles meine. Och, Baumaterialien. Nein, das ist schon so. Der Gast ist ja mal die Kraft, ne? Ich muss da ein bisschen verloren. Mö. Geht mal nimm mal fest in der Meinung, mach ich nicht mehr so. Könnt ihr mal machen, mach ich auch mal kurz. Warte. Guck mal, ich kann was setzen. Geht mal hin. Geht mal. Komm mal, lass mal raus Dann geht es nicht mehr Habt ihr zuhause, du halt Ja, äh, willst du mal eine Challenge machen? Komm mal her Na dann? Wo willst du? Zu mir herunter Ne? Mach mal eine Challenge Komm her Zu mir hier Ich weiß nicht, wo du bist. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich weiß nicht, was du mich umbringst, oder? Ne, mach nicht den Slashkill-Command. Es ist böse. Komm gleich mal wieder, ich brauch deine Hilfe. Wir waren im Never. Ich würd sagen, das war's. Tschüss. Tschüss. Tschüss.